Mein Name ist Tino Hohler. Als Produktmanager bin ich verantwortlich für die Wirbelstromsensoren, die Sie in diesem Demo sehen können. Wirbelstromsensoren von Micro Epsilon dienen zur Messung von Weg, Abstand und Position mit hoher Genauigkeit im Mikrometerbereich und das bei rauesten Umgebungsbedingungen. Unsere Sensoren induzieren Wirbelströme in metallischen Objekten und können so den Abstand zur Oberfläche messen. Der große Vorteil dieser Technologie ist, dass diese Messung unabhängig von externen Einflüssen wie Öl, Druck oder Schmutz möglich ist. Wirbelstromsensoren von Micro Epsilon halten nicht nur hohe Temperaturen aus, sondern verändern dabei durch eine integrierte Temperaturkompensation auch kaum ihren Messwert. Diese Temperaturstabilität zeichnet unsere Sensoren aus. All diese Eigenschaften erlauben es, Wirbelstromsensoren auch dort einzusetzen, wo andere Sensoren keine Überlebenschancen mehr hätten und trotzdem Mikrometer genau zu messen. Diese Sensoren werden zum Beispiel dazu verwendet, die Bewegung von drehenden Wellen zu erfassen. In diesem Messedemo misst ein Sensor den radialen Wellenschlag. Dieser wird von der Elektronik aufbereitet und steht als lineares Ausgangssignal entweder analog oder digital per Ethernet zur Verfügung. Hier sehen Sie den radialen Wellenschlag auf dem integrierten Webinterface, über das der Sensor auch konfiguriert werden kann. In Kombination mit anderen Sensoren ist sogar eine schichtdicken Messung möglich, indem der Wirbelstromsensor durch nichtmetallische Schichten hindurch misst, während andere Sensorik den Abstand zur Oberfläche misst. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie eine Beratung oder eine Produktvorführung wünschen.